Oh Gott, furchterlich gerade die... Oh Gott. Uh, uh, Alter. Ach, ach so. Kakteen. Ah, jetzt weiß ich, was uns hier Schaden zufügt. Kakteen sind es also. Ein großes Mysterium. Ein Mann ab Dalla ermittelt schon. Mhm. Ah, ja. Hier wird also gekreuzigt. Was haben wir hier für ein Zettel? Warte mal, ich würde es gerne nochmal lesen. Man kann es ja... Hallo? Man kann es ja nochmal lesen, ne? Text anzeigen. Liebse Martha, meine meistgeliebte, vertraute, vertrauteste, meine intime Gefährtin seit deiner Kindheit. Ich weiß, dass dein Glaube unvollkommen ist. Ich weiß, dass Zweifel an deinem Herzen nagt und Tränen deine Wangen waschen. Du glaubst, dich des Mordes sündig gemacht zu haben, doch erhöre mich. Du würdest nur sündigen, würdest du nichts tun. Wenn du einen wilden Hund nicht in Ketten legst, bist du schuld, wenn er ein Kind angreift. Wenn du die Spinne in der Krippe nicht tötest, bist du schuld an ihrem Giftigen bist. Wenn du ein Feuer nicht hemmst, bist du schuld an jedem Unschuldigen, der brennt. In jedem Fall macht Tätigkeit dich zum Mörder. Und so gilt, jedes Leben, das du nicht nimmst, das der Feind sein könnte, wäre durch Tätigkeit ermordet. Denn der Feind ist wild und giftig und ein hungriges Inferno. Halte durch, stoße das Messer. Du brauchst keine Vergebung, denn du hast nichts gesündigt. Wisse, dass Tempelgate dich braucht. Wisse, dass ich dich liebe. Dass Gott dich liebt. Knoth. Knoth. Schon wieder der Knoth. Wie kommt mir noch so ein Name? Knoth, Knoth, Knoth. Knoth ist das Brot. Ist wahrscheinlich der fragile Frikadellenfried. Der... So, ist das der Eingang zur Miene? Hallo? Ich, äh... Ich brauche einen Schlüssel, anscha... Ach, nee, oder? Komm ich da oben rein. Ah. Wird... Wird... Das war, bevor ich sie hängen gefunden habe. Wache, wache. Ich bin noch hier. Wache, wache, wache ich hier rauskriege. Wache, wache, wache ich hier rauskriege. Wenn man das, glaube ich, rückwärts abspielt, dann hört man das richtig. Alter, guck mal hier. Jessica, 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 Jessica. Was ist mit Jessica passiert? Und warum haben wir immer wieder diese Träume? Und wieso? Ah, wie geil das gemacht ist. Aber ich will nicht in der Schule sein. Nee, 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 nee. Kann ich nicht einfach hierbleiben? Es geht in beide... Links oder rechts? Ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall hell. Hier will ich rein. Hier geht's nicht rein. Warum nicht? Ach, guck mal, hier waren wir beim letzten Mal. Aber hier war ein Spinde. Da hinten scheint... Höh... Höh, hör, hör! Alter! Mach nicht so weit mit mir, ich bin so jung! Alter! Höh, hör, hör! Oh, ich geh gleich sterb... Ich geh gleich sterben! Ich geh... Oh, Alter! Ich geh mal hier gucken, was hier? Oh! Da lief jemand? Also glaub ich. Ich bin mir nicht sicher. Äh... Mich juckt's gerade, warte mal. Oh! Ich will nicht sagen... Ich hasse Schulen seit 4.2. Hasse ich Schulen. Da will ich hin. Da ist schön hell. Warum kann ich nicht da sein? Oh, da ist es nie schöner. Hör auf. Hallo? Hallo? Was war das denn gerade? Irgendwas verfeucht uns. Ich schwöre, irgendwas verfeucht uns. Ich schwöre, irgendwas verfeucht uns. Alter, hör auf damit. Das ist so eklig. Irgendwas... Oh, ihr insettet... The Hangman Game? Oh nein, wir müssen einen anderen Hangman finden. Och, komm, hör auf. Und ich glaube, sobald wir im Flur sind, werden wir verfeucht. Also hörte sich gerade zumindest so an. Oh Gott, das ist furchtbar. Oh Gott. Oh, schlimmste Stelle ever bisher, finde ich. Ich hasse Schulen. Ich glaube, wir werden, sobald wir im Flur sind, verfeucht. Also jetzt nicht, aber gerade. Oh, fürchterlich. Hier ist die andere Hälfte. Nimm doch einfach die hier. Andere Seite. Juhu. Ich freue mich sehr. Warum kann ich nicht da rein? Da ist so schön hell. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich stille, hasse in Horrorspielen? Das ist wenig immer... Irgendwie weiß ich nicht, warum. Aber ich fühle mich in den Schulklassen irgendwie sicherer. Ich habe keine Ahnung, warum. Ah, Englisch. Ja, schön. Und was ist hier, was... Tissue. Gesundheit. Batterie. Warte mal. Ich ging durch die verlassene Schule. Und niemand. Außer mir war dort. Doch komische Geräusche. Umgaben mich. Nichts als Dunkelheit. Nichts als Dunkelheit. Boah, da kann man guten Horrorfilm machen mit. Hallo? Hallo? Kann ich in die Spinde gucken? Verstecken, verstecken, verstecken. Okay. Und ich versuchte durch mein... Äh, was war das denn? Lalalalala. Und ich versuchte durch das Mikrofon irgendwas zu hören. Doch ich hörte nichts. Nichts als... Stille. Und ich mach so lustige... Und ich mach noch so gruselige... Häää! Häää! Was war das denn? Häää! 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 Jessica! Bist du's? Hör, mach dich so bei mir! Hör, ha! Das ist mein Schatten, ne? Hallo! Ich wink mal. Für YouTube. Was ist so ein ekliges Geräusch? Oh, ih! Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Was steht da? Ich kann es, glaube ich, nicht entziffern. Vielleicht... Love, vielleicht irgendwas? Alter, das Geräusch gerade, ne? Ich könnte meine Batterie gut gebrauchen hier in dem Bereich. Folie platzieren. Oh, nein. Wir müssen einen Hangman gedrückt haben, um interagieren. Wie interagieren? What the fuck? Ach, wie krass. Äh. Wir müssen hier andere Folie noch finden. Ich lad mal eben nach. Was war das denn? Alter, mach nicht so was. Oh, ich hab mein Leben noch vor mir. Ich will noch leben hier nach. Alter. Was war das? Da stand was an der Tür. Ich schwöre. Ich schwöre, ich schwöre, dass ich mehr weiter... Ich brauch gleich erstmal ne Valium. Da stand grad irgendwas an der Tür. Ich schwöre. Da steht was. Was ist denn? Alter, ich geh... Ich bin nicht bescheuert. Alter, ich geh da neben dem Leben hin. Ich bin dafür kein Geld. Aber ich geh da nicht hin. Alter, da steht was an der Tür. Da steht irgendwas an der Tür. Der Wallrider? Oder ist es Jessica? Jessica? Aber was ist mit Jessica passiert? Ich wollte es gerne wissen. Ich rott die zweite Folie. Wo ist sie? Ah, fuck. Da passiert doch gleich irgendwas. Ich weiß es genau. Oh, ich hab noch nicht so geschwitzt wie jetzt. Ich bin so am Schwitzen, ne? Aber wo krieg ich die zweite Kackfolie her? Und... Ach, warte mal. Unfor... Gif... Ne, oder? Unfor... Unfor... Gif... Apple... Apple... Ne, Unforgif... Ich muss die Folie doch da draufziehen, oder? Oder... Irrig? Aber kann ich den... Kann ich den nach da schieben? Hey, das geht sogar. Ja, ja, ja. Ist nicht schlimm. Ich... Ich... Ich krieg das hin, mein Bester. Ich krieg das hin. So, warte. Unforgivabel. Sollte stimmen. Ja, aber was ist... Was meinen die mit un... Was meinen die mit unverzeihlich? Was... Unforgivabel. Unforgivabel. Aber was? Was ist mit Jessica passiert? Oh Gott. Es tut mir leid, Jessica. Was auch immer ich getan habe. Höh... Höh... Hier ist eine andere... Hä? Da... 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 Da war doch eine andere Tür. Tschüss, Jessica. Da... Ausgang. Ist klar. Ich habe so die Befürchtung, dass genau das jetzt von der Demo kommt. Mit dem dreckigen Lachen. Oh Gott. Ich glaube, wir werden verfolgt. Kann das sein? Oh, was ist das? Ja, es kommt jetzt. Genau jetzt kommt's. Ich versteck mich. Oh, wie ist das? Musik Wieso pulsieren wir gerade? Wieso schwankt er so? Musik Ich habe keine Batterien mehr. Schön. Ich sehe nichts. Hallo? Hier war gerade eine Tür. Ich habe keine Batterien mehr. Wo bin ich denn jetzt? Ich brauche eine Batterie. Was ist denn? Was sind die beiden denn? Irgendwelche Priester? Das ist ja eine sehr christliche Kirche. Oder kann das sein, dass wir Priester waren in dieser Schule? Und wir... Oh nein. Was steht da? Texteditor. Wie geil. Voll Windows 95. Feier ich ein bisschen gerade, muss ich sagen. Fallmanager. Kann ich irgendwas machen hier? Oh, das Geräusch gerade. Oh, das Geräusch. Nee, ich komme nicht raus. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, was muss ich hier tun? Ich mach nochmal die Tür zu. Oder waren wir früher Pfarrer oder so irgendwie vielleicht in der Schule und haben... Du weißt, was ich sagen will. Ah, warte mal. Kommen wir da rein? Können wir da irgendwie einen Tisch schieben oder so? Warte mal, ich probiere mal einen Tisch zu schieben. Nee. Oder hier den Wege... Ah, okay. Bin da nicht doof, ne? Auch wenn ich so aussehe manchmal. Alter, wie mies das ist. Aber was ist bitte mit Jessica... Huch. Hallo? Aber was ist mit Jessica passiert? Oh Gott. Ganz schlechte Erinnerungen an... Ganz schlechte Erinnerungen an... Schächte von Outlast... Ganz schlechte Erinnerungen an... Schächte von Outlast... Huch. 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 Es fällt nichts mehr ein zu. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh. Oh, Gute, Gute, Ehhاء... Uh, hu, warte mal. Eine kaputte Brücke, ganz toll. Was soll uns das sagen? Ja, das wissen wir schon. Also in der Mine scheint wohl Linz zu sein. Unsere Frau. Ähm. Du bist, was, wer, was? Wer schreit denn da? Da ist irgendeiner so, äh, äh, äh. Alter, dieses Spiel. Oh Gott, ob das so eine gute Idee ist. Okay.